Guten Morgen an diesem wunderschönen neuen Tag. Mach's dir gemütlich und wenn es sich gut anfühlt, dann rege und streck dich hier gern. Schließ deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug ein. Atme lang und vollständig durch den Mund wieder aus. Erlaub dir, dich jetzt hier in diesem Moment fallen zu lassen. Es gibt nichts zu tun oder zu denken. Du wirst sicher, alles ist gut. Während dein Atem ganz natürlich und mühelos fließt, beobachte, wie die frische Luft mit jedem Atemzug in deine Lungen hinein und wieder hinausströmt. Wie die klare Luft mit jeder Einatmung deinen gesamten Körper und deinen Geist reinigt und mit neuer Energie versorgt. Wie du mit jeder Ausatmung alles Alte, Verbrauchte abgibst. Deine Gedanken bestimmen, wie du diesen Tag erlebst und worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Die folgenden Affirmationen unterstützen dich dabei, deinen Fokus auf kraftvolle und positive Gedanken zu richten, um so mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit für dein Leben zu spüren. Wenn du magst, sprich die Affirmationen gern nach oder lass sie einfach auf dich wirken. Erlaub dir, die Worte mit jeder Zelle deines Körpers zu spüren. Heute ist ein schöner Tag. Ich tue heute das, was mir ein gutes Gefühl gibt. Ich stehe selbstbewusst für mich und meine Träume und Ziele ein. Ich bin dankbar für all die Fülle und Schönheit, die mich umgibt. Ich kümmere mich gut um mein Körper und mein Wohlbefinden. Ich darf vollkommen ich selbst sein. Ich erkenne die Möglichkeiten und Chancen, die mir das Leben heute schenkt. Ich entscheide mich für Leichtigkeit und Liebe. Ich erlaube mir, Fortschritte und Fehler zu machen. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was mir Freude bereitet. Ich öffne mein Herz für das Leben und die Menschen. Ich bin dankbar für die vielen Möglichkeiten, die mir dieser Tag schenkt. Ich wähle liebevolle und hilfreiche Gedanken. Ich erlaube mir, zu strahlen und mein Licht in die Welt scheinen zu lassen. Ich zeige den Menschen, die ich liebe, was sie mir bedeuten. So wie ich bin, bin ich perfekt. Ich darf ich selbst sein und meinen eigenen Weg gehen. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten. Ich vertraue mir und meinen Entscheidungen. Mein Leben ist schön. Atme tief ein durch die Nase und lang durch den Mund wieder aus. Rege und strecke dich und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Namaste Aber kurz Untertitelung des ZDF, 2020